Ach, dieses Baby ist ja so süß, meine kleine Enkeltochter. Aber du arme kleine Maus, du bist ja viel zu warm angezogen. Eine Mütze und ein Pullover und dabei haben wir fast 30 Grad. Warte, ich helfe dir mal kurz. Ähm, Mama? Ich weiß schon, was ich mache. Ich habe doch vier großgezogen. Na und? Du kannst sie doch nicht einfach so ausziehen. Vertraust du mir nicht? Es ist zwar 30 Grad warm, aber die Kleine ist drei Wochen alt und im Mutterleib waren 37 Grad. Es ist also gut, dass sie warm angezogen ist. Sie kann ihre Körpertemperatur nämlich noch nicht so gut regulieren. Also habe ich bei meinen Kindern alles falsch gemacht. Würdest du das damit sagen? Mama, das habe ich nicht gesagt. Ich finde, du hast sogar sehr viel richtig gemacht. Ja, aber eben nicht alles. Nein, natürlich nicht. Fehler gehören doch einfach dazu. Ich möchte dir doch einfach nur helfen. Das finde ich total lieb, Mama. Das hier ist aber mein Baby und ich möchte erstens meine eigenen Fehler machen und zweitens bin ich mir sicher, dass noch genug Situationen kommen werden, in denen ich deine Hilfe wirklich brauche. Warte bitte darauf, bis ich danach frage, okay?